Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer D&D-Reihe nach langer Zeit. Nach sechs Monaten wieder mal eine neue Folge. Bekommen die Herren noch zusammen, was letztes Mal passiert ist? Oder ist der Kater doch ein bisschen zu stark und es kam zum Filmriss, um im Charakter zu bleiben? Das Ganze begann nach dem Untergang des Bruders des Alten Königs mit einem Flashback zu dessen Hintergrundgeschichte, in der der Spielleiter versucht hatte, ihn als sympathetischen Bösewicht darzustellen, was allerdings nicht funktioniert hat, weil man für sowas Vorarbeit leisten muss. Das kannst du nicht auf der Enten dran klatschen. Deswegen haben wir als Spieler komplett ignoriert und haben eine große Feier veranstaltet mit der Stadtwache oder mit der Palastwache. Danach gab es ein kleines Gespräch mit dem König, dem wir das Heilmittel verabreicht haben. Der hieß es aber, ah, kommt morgen wieder, dann geht es mir besser. Und an der Stelle hatten wir aufgehangen und gehört am letzten Morgen, als wir quasi vor der Tür des alten, neuen, jetzt wieder Königs, dem Herrn König standen. Genau. Und wir haben damit geendet, glaube ich, dass alle komplett schon unter den Tisch getrunken waren. Und dann sieht man nur so ein mit beiden Händen am Tisch festhaltende Narrab hier und komplett am Lall. Also weiche König und Alkohol nicht schaden. Genau, er war, glaube ich, der Last Man Standing. Genau. Mal wieder, wie der das hinkriegt. Von denen, die getrunken waren. Von denen, die getrunken waren. Ältret und Bischermin hatten, also Ältret hatte gar nicht getrunken, Bischermin wenig. Wenig hat gereicht. Ja. Wobei. Weil er sich erinnern wollte, was passiert, weil er andere Dinge mehr getan hatte. Ja. Er hat sich dann irgendwann abgesetzt. Ja, in company hat er sich abgesetzt. Ja, gut. Also ihr steht vor der verzierten Tür und sie öffnet sich langsam, als die Wachen die doppelflügelige Tür öffnen. Und ihr seht dahinter immer noch schlafgemachtes Königs. Er mittlerweile im Bett sitzend. Ist anscheinend immer noch ein bisschen, naja, nicht besonders gut beisammen. Aber zumindestens gut genug, dass er anscheinend gerade irgendwas gegessen hat, weil ein Tablett mit Essensresten steht neben ihm auf der Kommode. Ah, kommt rein. Kommt rein. Ich habe euch schon erwartet. Aber ich gucke sich das Tablett an. Guckt skeptisch nochmal in die Runde. Also jetzt kann jemand anders dahin laufen zu diesem Tempel. Ja, dann würde ich mal den Raum betreten. Okay. Aranis betritt den Raum. Der Rest bleibt stehen. Der Albrecht kommt mit. Ja, der Albrecht auch. Nach dem etwas dummen Spruch mit dem Tablett, aber der musste jetzt sein. Ähm, ihr geht's hinein. Wir schließen ganz heimlich die Tür hinter uns. Jetzt ist die Zeit für die Revolution. Get your deck is up, boys. Nun, meine Herren, wie ich gehört habe, ist euch zu verdanken, dass dieser Wald die Existenz der ganzen Welt von euch abhängt, beziehungsweise euch zu verdanken ist. Und ich habe euch nun kommen lassen, weil ich euch gebührend dafür danken wollte. Und ich gewähre euch als Gruppe einen Wunsch, den ich euch zu erfüllen vermag. Sofern es in meiner Macht liegt. Äh, ich fang mal direkt an. Wir hätten gerne den Infinity Stone. Ja, schaut dir mal kurz fragend an. Infinity Stone? Ja, hier diesen komischen Stein da, den ihr bewahrt habt. Siegelstein. Seelenstein oder Siegelstein? Äh, gesagt, äh, besetzt wurde es immer von Seelenstein. Okay. Also Seelenstein. Ja. Ja, ich hätte mir nur Hand of Infinity Stones aufgeschritten. Ganz ehrlich, die Geschichte von den Dingern, die ist tatsächlich vor Infinity War, bevor ich überhaupt von dem ganzen Marvel-Zeug überhaupt gewusst habe, entstanden. Also das ist Jahre früher gewesen. Ähm, ihr seht, wie sich das Gesicht des Königs von entspannt, freundlich verändert, so finster, grübelnd. Dies ist ein Wunsch, den ich nur äußerst schwer zu erfüllen vermag. Ihr wisst, dass sich etwas mit diesem Stein auf sich hat. Und ihr wisst, was passiert, wenn dieser Stein in falsche Hände gerät. Ja, wissen wir schon. Und, ähm, ich fange nochmal so an, so ein bisschen zu erzählen. So, ja, großes Portal, Dämonen aus, äh, Gott, das ist ja gar nicht mehr, Hochfels? Hochtal. Hochtal. Ich mache mal die, 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 die Komplettkarte auf. Hm, genau. So, dann fange ich so an, so ein bisschen, ähm, zu erzählen. Und, äh, was da so, äh, so ein bisschen passiert ist, wie wir das herausgefunden haben, dass die, äh, leider so ein bisschen selber verkackt haben, indem sie, Moment, äh, Aserak in ihrem Elfentempel als Crash-Test-Dummy eingesperrt haben. Und, ähm, genau. Und wir die gerade, ähm, zusammen in der Kooperation mit dem Hochmagier... Erzmagier... Weiß gerade auch nicht, wie der hieß. Ja, ich habe ja leider am Anfang nur so schlamperlich Notizen geführt von Handschrift. Und deswegen habe ich die teilweise nicht mehr. Hm. Wenn, ne... Ja. Sollen wir, kannst, kannst du ja nachschauen. Genau. In der Früh, irgendwann. Äh, auf jeden Fall, so, dass wir da mit dem Erzmagier kooperieren. Ähm, der, ich könnte ihn auch hier jetzt mal kurz anrufen, dass der für uns bürgt. Und, genau, und wir jetzt gerade den ganzen Spaß versuchen einzusammeln, das aus dem uralten Königreich von, wo jetzt da, wo jetzt heutzutage die Wüste ist. Genau, und dass wir da jetzt anfangen, die ganzen Sachen zu sammeln, zusammen, dass diese, äh, Dämonen, die zusammen mit den Dross kooperieren, anscheinen, wo wir uns selber nicht sicher sind, was da jetzt genau alles so abläuft. Äh, genau. Und dass wir die jetzt gerade sammeln wollen. Hm. Und wie könnt ihr sicher gehen, dass dieser Stein euch nicht abhanden kommt? Ich riskiere viel, wenn ich euch diesen Stein gebe. Gut, wir haben auch viel riskiert, um euch zu heilen. Für den Essen. Tja. Als du das sagst, ähm, ihr habt ja euren kleinen Scrooge McFlump dabei. Mhm. Und als du das sagst, schwirrt der so ein bisschen rauf, ich hab da einen guten Trick, da kommt keiner drauf. Und er, bei ihm öffnet sich so ein bisschen der Mund, es hört so, es hört so ein leichtes Klimpern, und er spuckt den Edelstein aus. So ein blauen, kleinen blauen Saphir. Ihr schaut den Flump an, der König schaut den Flump an, die Wachen schauen den Flump an. Und ihr seht, wie der König sich so einem seiner Wachen rüberbeugt, ihm irgendwas ins Ohr flüstert, und diese Wache geht ein, zwei Schritte vor und würde einen Zauber auf Flump casten wollen. Alternativ, neben Flump haben wir immer noch einen Pocket bei Menschen, die erstens Passwort geschützt ist und zweitens von dem Drachen beschützt wird. Ja. Also, als der Magier dann, beziehungsweise die Wache dann fertig war, diesen Zauber zu casten, geht zurück zum König, schüttelt einfach bloß den Kopf. Hm. Ohne Fimper. Alles gut. Na gut. Ihr werdet aber dafür Sorge tragen, dass diesem Flump kein Leid zugefügt wird. Natürlich nicht, das ist unser Scrooge. Hallo? Natürlich nicht. Und ich kraule ihn so ein bisschen. Der gehört zur Familie. Hm. Fängt halt an zu schnurren. Der König schlägt das Laken beiseite, schnappt sich von der Seite des Bettes einen ziemlich elegant aussehenden Gehstock, steht damit auf, stützt sich schwer drauf und beginnt langsam, aber mit immer mächtigeren Schritten zu der Tür zu gehen, durch die ihr gerade gekommen seid. Folgt mir bitte. Und er würde euch dann innerhalb des Palastes zu seiner Schatzkammer führen, euch hineinlassen. Und innerhalb der Schatzkammer seht ihr alle möglichen Schätze, aufgetürmt, alle möglichen Edelsteine, Münzen, etc. Aber was ihr nicht seht, ist dieser Stein. Mhm. Der ist wahrscheinlich irgendwo innerhalb der Schatzkammer versteckt. Klar. Sagst du das laut? Äh, nö, Albrecht denkt das. Auf jeden Fall. Ähm, der König geht auf die andere Seite des Raumes. Äh, und Ihr seht es nicht genau, weil er mit dem Rückenzeug steht, aber er macht irgendwas an dieser Wand. Irgendwelche Handbewegungen, ihr hört nach irgendwas murmeln. Und die Wand fährt nach unten. Gibt den Blick frei auf einen ziemlich, ziemlich staubigen und mit Spinnweben gefüllten Raum. Also jetzt nicht so Spinnweben gefüllt, dass man jetzt davon ausgehen könnte, dass es da irgendwie Riesenspinnen dahinter sind, aber ne, genug, dass man wissen kann, es ist schon sehr lange nicht mehr aufgemacht worden. Und dahinter, auf einem goldenen Podest eingefasst seht ihr besagten Smaragdgrün Seelenstein. König geht hinein, nimmt ihn ganz sachte aus dieser Einbuchtung heraus. Ich hoffe, ihr wisst, was ich euch hiermit anvertraue. Mhm. Und ihr wisst es auch zu schätzen. Mhm. Und er hält euch hin, flump, schwebt ihm hin und mit einem Jump, wo die ganze Hand des Königs in ihm verschwindet, frisst den Edelstein und der König schaut dann auf seine etwas bespeichelte Hand. Lovely. Wischst du an der nächsten Wache ab, die dann nebendran steht. Wo kommen wir gerade her? Nun denn. Genau. Ich weiß natürlich nicht, ob ihr in Eile seid, aber als Helden des Waldes ist es euch erlaubt, so lange zu bleiben, wie ihr möchtet. Ich weiß nicht, ob ihr bereits so etwas besitzt, aber und er holt aus einer seiner Umhangstaschen einen kleinen Zweig heraus. Es ist genau der gleiche Zweig, wie der Amaldi hatte. Dieser Händler. Damit kommt ihr unbeherrlicht an den Wächtern des Waldes vorbei. Ja, ja. Ja, wäre schön, wenn wir ein oder zwei davon hätten. Eine ist absolut ausreichend. Ich mache einmal so, ich nehme das Ding entgegen, Back of Holding auf. Ja. 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 Mhm. Ne, hat sich erledigt. Okay. Also sagen wir so, bevor nachher Pierre das Ding nimmt und einsteckt, du kannst gerne noch was damit machen oder sagen. Genau, wie, wie, also wie funktioniert der, der Zweig? Ist das? Müssen einfach dabei haben. Müssen einfach, ist das dann, aber ist das, müssen wir in einer bestimmten, in einer bestimmten Radius sein von diesem Zweig? Also ihr solltet vielleicht nicht weiter als 10 Meter vom Träger entfernt sein. Alles klar. Aber geht es nicht, dass dann einer meinetwegen jetzt ein Hochteil ist und dann zwei gehen dann gerade rüber und... Und ihr solltet ihn vielleicht, wenn er zum Waldrand kommt, aus dem Back of Holding rausnehmen. Ja. Alles klar. Aber wie gesagt, ihr seid Gäste, ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt. Mhm. Mhm. Wenn ich so neugierig sein dürfte, was ist denn euer weiteres Vorgehen? Wo wollt ihr als nächstes hin? Hm, ist noch angeklärt. Ja, wir haben so ein paar Anlaufstellen, Kripper. Genau, wir haben so ein paar Anlaufstellen, aber der genaue Weg ist noch nicht geklärt. Tja, das ist eine berechtigte Frage. Da sind wir uns selber noch nicht ganz sicher, wann, wo wir als nächstes hin müssen. Das ist natürlich ungut, wenn man ohne Plan fortfährt. Naja, Plan nicht, wir haben nur mehrere Optionen und wir wissen noch nicht, welche wir jetzt zuerst abklappern. Aber ich bin mir sicher, ihr findet eine Orientierung oder euer nächstes Ziel und er würde sich dann wieder auf den Weg nach draußen machen und Alverich, als er an dir vorbeigeht, beuchtet sich so ganz leicht zu dir hin und würde dir was ins Ohr flüstern, sei doch mal so gut und geh mal in den One-on-One mit mir. Okay. So. Mhm. Mhm. So. Ihr habt euren ersten Stein Kapitel 1 abgehakt. Bevor der König den Raum verlässt, würde ich ihn noch mal kurz ansprechen wollen. Bitte. Also der ist mal, der hält ja an uns vorbei und scheint irgendwas Alverich zuzuflüstern. Sehen wir da irgendwie eine Reaktion von Alverich oder irgendwas? Das war jetzt ein relativ langes Geflüster. Es hat nur Fragen dazugegeben. Ja. Alverich guckt ihn etwas entgeistert an, als hätte er ihm gerade erzählt, dass er in Wahrheit der Liebhaber seiner Mutter war und wahrscheinlich sein Vater ist. Das ist so die Sorte von entgeistertem Gesichtsausdruck, die Alverich gerade hat. Notiert. Und wenn er dann weitergeht, würde Benjamin nochmal melden. Ganz kurz, ich hätte vielleicht noch, falls möglich, eine kleine Bitte. Natürlich. Wir sind hier im Wald von ein paar Spinnen meine Besitztümer geklaut worden. Wäre es eventuell möglich, weil es nicht so viel verankt ist, ein, zwei Waldläufer hinzuschicken, dass die die Besitztümer suchen. Die Spinnen sind schon in Selbstverteidigung, um die wurde sich schon gekümmert. Allerdings sind die Sachen danach nicht gefunden worden. Ein paar Ortskündige, ein paar Ortskündigen fällt das vielleicht leichter. Ich kann es gerne in Auftrag geben. Was fehlt denn? Einen Moment. Das kann ich dir gleich verraten. Zehn Rationen, eine Zunderbox, zehn Fackeln, eine Bettrolle, 50 Fuß Hanfseil, eine Wasser, eine Wasserflasche, Wasserstauk, ein Asset, eine Schaufel, ein Vergrößerungsglas, Kochwerkzeuge, Tattoo-Werkzeuge, Diebeswerkzeuge, ein kleines Messer, ein gewünschtes Hemd und ein Rasierset. Okay. Wie viele Items sind das? Wie viele Items sind das? Muss ich die Rationen und Fackeln einzeln? Einzelnen, einzeln. Also Rationen ist ein Packe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Dann ist es in einem Rucksack alles drin. So, gucken wir mal. Okay. Äh, okay. Von diesen Items, ich mache mal einen kurzen Timeskip für das. Wir haben den Auftrag gegeben, wenn ihr einen Tag wartet oder einen halben Tag kommen sie wieder zurück. Ich sage jetzt einfach, einen halben Tag für, um das ein bisschen Zeitspann zu machen. Ähm, die haben tatsächlich, äh, das meiste von deinem Zeug gefunden. Deinen Rucksack, den haben sie leider mehr in Fetzen als im Ganzen gefunden. Also da haben sie anscheinend irgendwelche, äh, Tiere dran gemacht. Äh, die Rationen sind halbwegs intakt. Die waren so viel verschnürt, da ist kein Tier rankommen. Aber zwei Items haben sie leider nicht gefunden. Und zwar eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, das Item an achter Stelle und das ganz letzte. Das wäre die Schaufel und das Rassierset, für das ich mir eh schon ein neues gekauft hatte. Ja, kein großer Verlust. Und als Ausgleich dafür, dass sie halt keine finden konnten, bringen sie da eine neue Schaufel mit. eine, eine eher elegante Schaufel. Also man, sie ist fast zu schade aus, um sie als Schaufel zu verwenden, aber okay, man nimmt's. Du hast jetzt eine elegante Schaufel. Gut, dann schaue ich beim nächsten Mal, dass ich das wieder in den Kacklerbogen einpflege. Ja, klar. Gut. Was möchtet ihr dann jetzt tun? Oder was, was, brecht's euch mal untereinander ab, wo ihr als nächstes hinwollt? Oder was fragt's? Ihr habt's jetzt ein paar Optionen. Genau, wie gesagt, ich hatte mal kurz überlegt, ob's Sinn macht, dem, dem König mal zu fragen, ob die halt irgendwo, aber Handelskarawanen hinschicken könnten, wo wir dann hingehen, aber so abgeschottet, wie die leben, gehe ich ja davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Genau, also wie gesagt, wir hatten jetzt, was Säu geargumentet hat, wäre vielleicht eine ganz gute Idee, dass wir mal gucken, ob wir Glee vielleicht noch retten können oder uns da mal dran machen, sie zu retten. Ansonsten würde ich fast sagen, wir nehmen das, was am nächsten ist. Am nächsten dran ist, wenn ich mal auf die Karte schaue, ist es entweder die Wüste oder wir fahren nach, oder wir gehen nach Karasedorn. Mhm. Ja, wir müssen ja eh Vallea zurück in ihre Welt bringen. Der Eingang ist voraussichtlich unter in diesem Labyrinth Kerker, der hier unter dem Ballast ist. Mhm. Und von dort gibt es ja angeblich einen Zugang zum Untergrund. Das heißt, wir könnten den Vallea zurückbringen, weiter in den Untergrund, schauen, ob das Magli rettet und vom Untergrund dann aus wieder hoch Richtung Karasedorn. Denn wenn die gegen Dunkelelfen die Stellung halten, dann muss es da ja irgendwie einen Zugang geben. Mhm. Mhm. Bloß ein kleiner Hinweis, die Kleine, die war nicht von Anfang an in diesem Kerker, die ist nicht in diesen Kerker aufgetaucht, die ist bloß in den Kerker geschmissen worden. Mhm. Achso, ja. Aber sagen wir so, ihr habt ja euren Locator für die Portale. Hauptsache mittlerweile wieder. Der euch ja hinführen kann. Ja, ich sehe nur leider das Problem mit dem Untergrund so ein bisschen, dass wir immer mal wieder schon Probleme haben mit einem von denen und da sind ein paar mehr. Ja. Ja, aber das sind ja drei Besondere. Die sind ja nicht alle so. Das meiste ist ja gewöhnliches Volk. Ja. Auch wieder wahr. Ja. Das klingt nach einem Plan. Herr Spielleiter, ich würde dir mal einen Vorschlag machen. Ich habe ja noch Inspiration. Ich würde dir vorschlagen, dass ich die Inspiration ausgebe, um einen Fakt ins Spiel zu bringen. besagter Fakt wäre, dass ich irgendwann in meiner Vergangenheit, bevor ich hier in den Wald bin, vor einem Jahr oder so, mal auf meiner Reise irgendwie mit einer freundlichen, dunkel-elfischen Priesterin Elistres oder einem In-Universum-Equivalent zu Elistre Kontakt gehabt hätte. Und du hattest ja in der Vergangenheit bereits beim letzten Mal etabliert gehabt, dass Senfsteine so häufig sind, dass man die einfach einem Booty-Call weiterreichen kann. Und dass ich von ihr noch so einen Senfstein habe, von da wommals. Und dafür würde ich Inspiration ausgeben. Ich lasse das mal so durchgehen, ja. Gut. Dann ist die Inspiration raus, dann müssen wir uns nur noch einen Namen überlegen für die und dann würde ich das auch mal so an die Gruppe angeben. Dass ich eine Person kenne, die Wachen haben wir eben mal Sachen zurückgebracht, da war der Stein dabei, deswegen habe ich Okay, du lässt durchläuten. Ich habe das mal nur angesprochen. Ach so. Okay. Als Option für die Gruppe. Ich würde jetzt fragen, ob du sie für vertrauenswürdig hältst, aber die Frage kann ich mir glaube ich sparen, oder? Die Antwort wäre immer dieselbe. Ja, ich mit ihr zusammengearbeitet habe und sie sehr freundlich war und in den Vergessenen Reichen eine gute Traukatheit ist. Ja, ich vertraue ihr. Das wäre auf jeden Fall eine Variante. Albrecht hat damit sichtlich Bauchschmerzen. Ich sehe das so. Wir nutzen das als Spionage Mission, um Informationen über den Feind zu ergattern. Dass wir besser informiert und vorbereitet weiter an den Rest gehen können. Aber wenn wir nicht in den Untergrund gehen, dann könnten wir uns auch diese drei Idioten da vom Hals schaffen, die uns jetzt schon mehr als einmal dazwischen gefunkt haben. Vielleicht können wir das von dort aus eine, sagen wir mal, permanentere Lösung finden. Ich mag die Idee, aber das wäre wahrscheinlich alles wesentlich einfacher, wenn wir das von Carasodorn aus machen würden. zum einen wissen meine Leute vielleicht noch nichts von diesem einzigartigen Dunkel Elfen rumlaufen mit diesen besonderen Zaubern und das wäre vielleicht eine Information, die ich gerne zurückbringen würde. Ja, zum anderen kennen unsere eigenen Späher, kennen die Zwergenspäher den Untergrund auch recht gut und können uns vielleicht sogar sagen, wo wir hin müssen. Weißt du aus deiner Vergangenheit ungefähr, wie der Untergrund orientiert ist und wo grob Mesoberanien oder wie es hieß ist? Ja, ich gibt es die Frage jetzt an den Spielleiter weiter. Ja, muss ich ja, weil als Spieler weiß ich das nicht. Ich weiß halt, dass die Hauptstadt der Zwerge ist halt hier, das ist Karastorn. Ich schätze mal, da wird es auch ein gewisses Umland geben. Ich schätze mal, unter den Zwergenfesten, die hier eingezeichnet sind, wird da auch ein bisschen Umland sein im Untergrund. Also die Zwerge kennen bestimmte Areale und auch ein bisschen außerhalb ihrer Zwergenfestung, aber wie das komplette Untergrundsystem aufgebaut ist, wissen sie auch nicht. Das weiß keiner. Das ist wahrscheinlich zu groß. Keiner der Oberwelt. Das ist wahrscheinlich zu groß. Genau, du musst dir einfach vorstellen, der ganze Kontinent ist unten drunter auch mit Höhlensystem bedeckt durchwachsen. Nehmt es, wie du es wolltest. Durchzogen. Danke. Und davon eine Karte hat noch keiner lange genug gelebt, dass der runtergegangen ist und eine Karte angefertigt hat. ist wahrscheinlich auch zu groß und zu Winkel. Leg die vor uns aus. Wir sind wahrscheinlich irgendwie in einem der Zimmer, die man uns bestellt hat, wieder und wink mal als Kutsch zu uns rüber. Du hast auch irgendwie rausfinden können, wo sich Klee Sailor befindet. Kannst du das nutzen, um herauszufinden, wo Mesobestal, Mesobestalien, Mesopotamien, wie auch immer ist? Also ich weiß ungefähr wo, aber mehr auch nicht. Das reicht erstmal um weiter überlegen zu können, wie wir weitermachen. Äh, okay. Alle mal bitte rauszuholen. Äh, ungefähr hier. Der Ping ist zu klein, ich habe ihn nicht gesehen. oben nach der Hohenmauer, bei Schwarzgrund. Ah, okay. Ah, da. Was für eine Siedlung, die da drin ist, eure Seele? Wie die heißt, keine Ahnung, aber ungefähr in dem Eck. Plus, minus ein paar Kilometer. So, da oben sind ja die Nordstämme, ne? Jo. Und das Kaiserreich ist auch da oben. Bisschen südlicher. Also wir haben erst Kaiserreich und dann Nordstämmer. Genau. Also quasi von diesem Mittelgebirge da, hoch haben wir das Kaiserreich und darüber die Nordstämmer. Und wo war Nehekara noch gleich? Bitte? Nehekara war die Wüste, nicht wahr? Jo. Das war diese Nation an dem Ort, wo jetzt die Wüste ist. Genau. Das war vorher alles mehr so Dschungel, wie das Salif-Dschungel im Westen. Weil das ähnliche Klimazone ist, aber irgendwie haben sie es geschafft, das alles zu einer Wüste zu machen. Ja, mit einer großen magischen Explosion, hatten wir schon gehört. Genau. Von dem Typen. Herzen magisch ist übrigens Milas. Richtig. Was von dem Ganzen war noch mal die Hauptstadt des Kaiserreichs? Nillengard. Da oben. Nillengard, okay. Die Nordstämmer haben wahrscheinlich keine Hauptstadt oder sowas. Die sagen wir so, sie haben die ganzen Orte, die eingezeichnet sind, Birngard, Feste Hartschuld, Schwarzgrund, das muss man sich vorstellen, wie das sind ein bisschen so wie bei Herr der Ringe, Helmsklamm. Das ist eine Festung, ein bisschen größer natürlich. Der Rest der Stämme ist eher nomadisch oder halb nomadisch. Die wechseln alle entweder ein paar Monate oder alle paar Jahre die Ortschaft, beziehungsweise die Gegend, in der sie wohnen, leben, jagen. kommt auf die Witterung drauf an, kommt drauf an, ob aktuell irgendwelche Gefahren wie Wölfe oder jetzt wahrscheinlich andere Gefahren rumgeistern, ob genügend Weidegrund für eine Rentierherde da ist. Bei denen kann man sich nie genau sicher sein, wo die Kragel sind. Wenn man wissen will, wo sich die einzelnen Stämme aufhalten, beziehungsweise ihr König schrägstrich Königin, was aktuell ist, dann muss man wahrscheinlich einen fragen, der da oben wohnt, beziehungsweise lebt. Oder wenn man ganz, ganz genau wissen will, dann fragt man entweder einen der Schamanen oder einen der Hauptlinge. Dann weiß man mit tausend Prozent ihrer Sicherheit, wo was ist. Okay, kannst du uns grob markieren, wo im Lordranwald wir uns gerade befinden, hier mit dieser Elfenhauptstadt? Das ist relativ weit. Sind da irgendwo ein X hin? Ich muss es nicht so erklären. Ungefähr. Okay, wir könnten Gensindarin reisen, von dort in den Saillift-Schünkel übersetzen, dort nach dem Juwel suchen, dann durch den Saillift-Schünkel runter nach Starkfels, an den Himmelsspitzen rum, per Schiff, hoch nach Karas-Akarak, mit denen reden, wie man am besten nach Karas-Dorn kommt, dann von Karas-Dorn weiter nach Norden, bis wir dann irgendwo oben bei Schwarzgrund angekommen sind, von dort in den Untergrund, dann durch den Untergrund zurück Richtung Nähe Karar, und dann in die Hekara den letzten Edelstein suchen und das ganze Problem lösen, weil da ja auch dieser komische, korrumpierte Lichtkönig in Dings Zeug setzt. Also einmal quasi rund um, einmal quasi komplette Rundreise, eine Tour-Differenz. Alternativ gehen wir jetzt direkt gen Norden und dann aus dem Norden, kurz im Untergrund, wieder hoch, wenn wir da oben irgendwie was finden, bei entweder Karas-Dun oder Karas-Dier und dann von dort, am besten vom Karas-Dier oder so, runter und irgendwie mit dem Schiff einmal die Küste entlang bis zum Saarlöft-Dschungel und von dort dann aus weiter Richtung Wüste. Also wären jetzt so die zwei Ideen, die ich hätte. Aber in jedem Fall müssen wir einmal hoch und wieder runter, egal wie das läuft. Und einmal in die Mitte. Ja, ansonsten wäre die Alternative im Saarlöft-Dschungel bei uns, in der Wüste war auch ein Juwel, ne? Wir gehen in den Dschungel, Wüste und dann hoch. Und dann nach oben, ja. Ja, das würde ich glaube ich auch. Ja, aber die Wüste klingt ja so nach dem Ende. Da ist ja, haben wir ja den Herrn Freund von dort vorhin hingeschickt. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, da jetzt schon hinzugehen. Das klingt mir nach Level 20-Gebiet. Hast du ein Ding? Also, wenn Benjamin schon Fourth World Break macht, dann macht er dem gleich mit. Ist, natürlich gibt es auch ein bisschen schwierige Sachen, aber es wird geschaut, dass eure Entscheidung, wo ihr wann hin wollt, natürlich auch mit einfließen. Also, ihr werdet jetzt nicht, oh, ihr geht jetzt in ein falsches Gebiet, Terrask, Bäm. Das ist kein From-Software-Spiel. Gibt keine Meat Gates. Beef Gates, Beef Gates. Also dann Steve Gates zu sagen. Also, da Albrecht von diesen Level-Überlegungen natürlich nichts weiß, würde er vorschlagen, dass wir Dschungel, Wüste und dann nach Norden machen. Mit einem Zwischenstopp in Karas, Karak würde sich anbieten. Vor allem, weil er uns wahrscheinlich nicht wesentlich aufhalten würde und wir könnten eventuell Ausrüstung und Vorräte bekommen, mit denen uns der Trip in den Dschungel vielleicht einfacher wird. Oder halt über Sindarin. Weil von Sindarin wahrscheinlich der Trip, wobei es von Sindarin wahrscheinlich einfacher ist, weil wir ja bei den Elfen quasi schon ein bisschen Stein im Brett haben, wenn wir hier noch zusätzliche Ausrüstung haben wollen. Ja, alternativ, Sindarin, dort erstmal aufstocken, dann Saar-Lift-Dschungel und bevor wir in die Wüste gehen, nach Karas. Nach Karas, ja. Ich glaube, das wird mehr Sinn machen, ja. Aber da wäre ich auch für. Und dann von der Wüste und das wir uns dann nach oben vorarbeiten. Ja. Das klingt doch schon mal nach einem Plan. Ja gut. Wenn das dann eure Destination ist, ich würde sagen, dann machen wir den heutigen Tag noch. Dann müssen wir noch überlegen, wie wir Klee unterbringen so lange. Denn wenn das jetzt nicht die Priorität ist, müsste er irgendwie bis dahin versorgt sein. Mhm. Ist sie nicht bei den Droiden? Ich meine, wir hatten sie wieder mitgenommen. Nee, aber ich dachte, wir hätten sie da liegen lassen. Ihr wolltet sie dort lassen, bis der König, der neue König durch den Alten wieder ersetzt wurde. Weil ihr gedacht habt, ja, das ist ein bisschen zu gefährlich. Ja, okay. Vielleicht finden sich hier im Dorf ja ein paar freiwillige Söldner oder Mutige und wir können zwei Charaktere für einen Switch for Klee one shot finden. Mhm. Dass das auch mal abgehandelt ist. Mhm. Sollen wir mal, wenn ihr sie zurückbringen wollt, dann müsstet ihr natürlich auch vor Ort sein, um das Portal dahinter wieder zu schließen. Sonst bringt es ja nichts. Ja. Außerdem, andere Sache, die haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Unsere nette Begleitung namens Valeo. Ach so, ja, die müssten wir quasi auch nach Hause schicken, ne? Das Portal oder der Durchgang ist ja hier das erstbeste. Das heißt, das war, ich denke mir davon aus, dass es offensichtlich, dass das das allererste ist, was wir tun, bevor wir weitergehen. Müssen wir halt durch den Wald schnappen und deinem schweren Diskompulator folgen. Ja. sagen wir mal so, das Ding ist nicht eine Virtual Route, das Ding hat ein Display beziehungsweise halt so das Mittelalter-Version davon Gitter Raster. So, keine Ahnung, so Dragon Ball Locator Style. Das halt so piepst und aufblinkt, wenn ein Portal in der Nähe ist. Also, ihr müsst da nicht so ein Spielchen Hot and Cold machen. Also, das sei ich das müsst ihr machen. Das sei euch erspart. Aber, ja gut, wollt ihr es gleich machen? Wollt ihr noch warten? Weil Valera ist aktuell noch bei den Trüden. Ne, Valera ist bei Dings. Wie heißt er? Halb dem. Halb dem. Stimmt, stimmt. Ja, dann machen wir jetzt halt den Tag, in dem es in der Rast, bis Benjamin sein Zeug bekommen hat. Und ich sage, das darf bloß einen halben Tag. Also, ihr habt dann tatsächlich nur Zeit. Genau. Wenn ihr es machen wollt. Ja. Nö, ich finde die Idee ganz gut. Wir könnten tatsächlich zumindest mal auf diesen, sag ich mal, ja, Finder mal drauf schauen oder uns den mal angucken wie weit das nächste ist oder haben wir jetzt nichts besonderes in der Nähe. Ich hole das Ding mal raus. Also, der wird, du schaltest das Ding an und du siehst dann so einen kleinen Kreis Updating. Du hast keine Ahnung, was dir das Ding damit sagen will. ja, neues iOS drauf packt. Es geht jetzt nichts mehr danach. Und dann erscheint ein Text, äh, ein Portal in Reichweite. Tja. Möchtest du damit dann irgendwas machen? Ist da eine Entfernungsskala drauf? Zeigt mir das an, wie nah das weg ist? Aktuell steht nur drauf, ein Portal in Reichweite. Naja, ich hab das Ding doch einmal, ich hab das Ding doch schon mal benutzt in der Mine. Ja, aber da war nix. Da hieß es nur nö. Ah, da hieß es nö. Genau. Also, ich weiß nicht mehr genau, was es hieß, aber es hieß kein Portal in Reichweite. Also, du siehst drunter drei Knöpfe. Ich drück Knopf Nummer eins. Okay. der mittlere Knopf von dem Ding ist in an aus. Du drückst auf den ersten Knopf und die Schrift verschwindet und du siehst, es geht ein Gitterraster auf und in einem Eck nordöstlich also hin bis Richtung Nordosten blinkt irgendwas. Ist leider keine Entfernungsreihe drauf. Das Ding ist First Gen. Nur in der Richtung. Okay. Ihr wisst leider auch nicht, wie groß die Reichweite von dem Teil ist. Gucken mal, wie weit wir kommen. kann sie gar nicht sein, sonst wird es wahrscheinlich noch mehr angezeigt werden. Zumal, wenn es erste Generation ist, kann ja doch gar nicht so starke Magie drängen back haben, dass es eine unendlich große Reichweite hat. Also, laufen wir mal los. Benjamin packt sich Valeria auf die Schultern. Sobald sein Zeug wieder da ist, nehmen wir mit. Die hockt bei dir auf der Schulter, die ist gerade happy, die ist weit oben. Die freuen sich, die sieht was. Ich würde mal kurz dabei so nebenbei ein Auge drauf haben, ob dadurch, dass wir ihr den Hunde gegeben haben, auch dieses Blatt Symbol Tattoo, das hier von Anfang an hatte, mit verschwunden war. Raust immer mal wieder so flüchtig hin. Das Blatt ist noch da. Sehr gut. Ihr stopft durch den Wald laut, leise, freut sein, schleichend. Normal. leicht schleichend, oder? Normalerweise Geschwindigkeit. Machen jetzt nicht besonderen Lärm, aber geschleichend halt auch nicht. Okay. Also ihr geht eures Weges und ihr seht auf dem kleinen Display, wie dieser pulsierende Punkt immer mal wieder näher zu euch herrückt. Und nach ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden kommt ihr auf eine Lichtung, die ein bisschen komisch ausschaut. Und zwar sieht das aus, als ob da entweder irgendwas explodiert wäre oder irgendwas implodiert, weil die ganzen Bäume sind entweder entwurzelt, verbogen, angekokelt, es sieht nicht nach einer natürlichen Lichtung aus und inmitten dieses verbrannten Unterholzes, seht ihr ein grünlich, giftgrünlich, schimmerndes, undurchsichtiges, ovalförmiges Portal. Ungefähr so einen halben Meter über dem Boden, das leise vor sich hinsummt. So wie so elektrostatisches Summen. Wie groß ist das Portal? Das ist ungefähr 2,50 Meter und breit ungefähr auch eineinhalb Meter. Also da könnte schon was Größeres durchkommen. Gehen wir mal hin. Okay. Ich laufe einmal, während der Rest auf der einen Seite ist, macht Benjamin sich mal hin und läuft auf die andere Seite von diesem Portal und schaut mal, ob er sich durchstehen kann. Nein, wie gesagt, ist komplett undurchsichtig. Benjamin hampelt ein bisschen rum. Es ist einfach nur grün. Große grüne Wand. Es ist schimmernd grün und es ist ein bisschen, wenn man sich ein Portal vorstellt, ein bisschen leichte Bewegung ist drin, immer mal wieder so ein leichter Energiewirbel, schimmert ein bisschen. Wenn man sich halt mal so ein magisches Portal standardweise vorstellt, 0 auf 15 Portal. Dann komme ich mal wieder zurück zur Gruppe auf die anderen Seite, setzt Valerja wieder ab. Glaubt ihr, wir können sie einfach durchgehen? Valerja, glaubst du, du kommst zu Recht, wenn du auf die andere Seite gehst? Vision, gib mal einen Imps-Check. Führt das überhaupt auf die richtige Seite? Also ich bin hier rausgekommen. Okay. Also meine Überlegung ist ja, sie ist ja offenbar scheinbar die Tochter vom Waldkönig, vom Waldherrsch, vom Herrscher, vom Smartkönig. Das heißt, wenn sie auf die andere Seite geht und es war ja schließt es ja von der Mutter, dieswettering Mutter hieß es, sie hat irgendeinen Trauma erlebt, das dazu führt, dass ihre Erinnerungen durchweg sind. Das ist wahrscheinlich das Portal gewesen, das heißt, wenn sie auf der anderen Seite ist, kriegt sie wahrscheinlich die Erinnerung wieder zurück und dann weiß sie, wie sie ihren Vater kontaktieren kann und dann wird er sich schon abholen kommen. Seiten wir auf der anderen Seite haben die noch nicht geheilt. Mal schauen. Das Problem ganz leicht lösen. Linechair, I'm proud. Sag mal so, das war ich damit schon abgehakt mit deinen Ausführungen, da war schon das dabei, was ich haben wollte mit dem Incheck, mit der Erinnerung. Ich bin ja scheinbar hier Prane, Braun und Muscle. Natürlich. Ich bin drei Fünfte unserer Fünf-Man-Band. Ja. Anyway. Meine Prane, Heart und Muscle. Egal. Tja, dann. Also, ich erkläre das weil er ja so, wenn ich das da verstanden habe, kriegt halt von Kopfschmerzen und frage sie dann, ob sie glaubt, sie wäre, sie wäre, ich frage sie, ob sie der Meinung ist, sie kommt damit zurecht, wenn wir sie jetzt einfach durchschicken oder ob einer von uns mit soll. In der Hoffnung, dass wir dann einfach wieder zurück können. Da ich nicht weiß, wie es auf der anderen Seite ist, ich weiß es ja nicht mehr, könntet ihr vielleicht mitgehen zumindest. Gut. Ich komme nochmal hier mit. Wenn irgendwas gefälscht ist, dränge ich meinen Kopf durch und brille nach euch und ihr wartet eben kurz, bis ich vielleicht zurück bin. Okay. Dann warten wir einfach, weißt du was, ich gebe dir noch ein Seil mit, dass wenn irgendwas ist, dass du ein Seil ziehst, vielleicht funktioniert das ja. Ja, es ist halt die Frage, es ist halt die Frage, wie die Zeit sich dann da, nachher ist das irgendwie zwei Minuten für, wir warten dann zwei Jahre da draußen. Ja. Alternativ will ich einfach mal sagen, wir machen wirklich mal 2-2. Mhm. Mal gucken. Ja. 2-3. Elf wird auch noch dabei, auch wenn er ein bisschen still ist. Stimmt, ja. Er ist ungewöhnlich still. Ja. Er hat eine heiße Stimme. Ja. Er ist heißer. Ich überlege gerade, sollen wir irgendwas ausmachen, dass, keine Ahnung, wenn wir jetzt nach dem Tag nichts von euch hören, dass wir dann entweder reingehen, rausgehen? Wenn ihr nach einer Stunde noch nichts von uns gesehen habt, kommt ihr einfach nach. Okay, gut. Aber wir nehmen trotzdem das Seil. Ja. Weil dann bedeutet das, es gibt eine Zeitverschiebung auf irgendeinen Grund. oder Probleme. Ja, oder Probleme. Oder beides, genau. Man weiß es nicht. Aber es gibt einen Weg, das rauszufinden. Genau.